Tietje und Caroline, eure Beziehung ist irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Wir müssen was tun. Kommt einfach in die Mitte. Und zwar, Tietje, du hast Caroline bei Ebay eingestellt und hast sie meistbietend versteigert. Und wie du ihr jetzt beibringst, dass sie jetzt gleich abgeholt wird. Und ja, das ist die Situation, das möchten wir jetzt eigentlich von euch sehen. Und zwar, das ist jetzt noch eine kleine Erschwerung, wir wollen das jetzt von A bis Z von euch sehen. Das ist vielleicht was faul. Eins, zwei, drei, deins. Bertram, was machst du denn da? C. Heinemann hat soeben den Zuschlag bekommen für eine Auktion, die ich im Netz hatte. Du bist Auktionär? Ebay, schon mal was von Ebay gehört? Von Ebay? Gott sei Dank bin ich die Los. Hast du was gesagt, du willst was loswerden? Ich kann es mir alles sagen, Schatz. Ich habe eine große Überraschung. Du hast bald einen neuen Versorger. Jens Willmann? Könnte sein, dass du ihn noch nie gesehen hast, aber er wird dir bestimmt gefallen. Lecker sollte er schon aussehen, aber magst du mich nicht mehr? Mögen konnte man noch nie sagen, aber... Pass auf, ich habe dich versteigert. Nächte lang hast du mir deine Liebe geschworen. Und jetzt ist alles gelogen? Ohren, Tinnitus von deinem Scheiß gejammert. Ja, ich habe nicht verkauft. Das war alles umsonst. Du bist fast frei. Perversling, du! Schwerverweise im Internet haben genau auf diese Ebay-Auktion gelingt und du bist richtig gestiegen in den Geboten. Richtig gestiegen? 70.000 Euro. Tun wir da halbe halbe machen? Unglaublich, wie blöd man sein kann. Vielleicht kommst du einfach mit zu diesem Heine-Mann-Typ. Warum? Er hat doch gerade geklingelt und... Hier ist er schon. Herr Heine-Mann, bitte schön, sie gehört Ihnen. Xanten? Wir waren nach Xanten? Was soll ich für den Xanten? Yokohama wäre das vielleicht lieber gewesen? Macht's gut. Süß. Ich bin ein Dr Pix. Ja, das ist doch, von der ich bin leider gemacht. Wow! Pa! Ja! Ja! Was soll ich das denn tun? Ja? Sch algorithm tun?